willkommen zurück meine lieben zwergenfreunde bei dwarf fortress ja ich würde am liebsten sagen wir haben noch sehr viel zu tun aber im augenblick sind wir gerade eher in so einer art ruhephase angekommen also indem wir warten müssen bis bestimmte sachen getan sind zum beispiel hier oben die mauer fertig gebaut wurde und wir hier unten die sachen und fertig ausgehöhlt haben aber wir können ja schon mal ein stockwerk tiefer hier die den nächsten raum ausheben der müsste dann für glas und für games sein genau also designation erst mal up and down stairs mit i so und damit die meinung von hier ist ja so dann haben unsere meiner noch viel viel zu tun sobald sie das ding leer haben und sich einen weg nach oben gebuddelt haben dass wir dort weitere solche dinger machen können wir können ja sogar schon mal hier eins in auftrag geben wie groß waren die noch mal 12 in jede richtung job also gehen wir eins hoch noch eins so ist das auch richtig so was ich so mache nein ist als zu breit der signation meinung so müsste richtig sein und hier die die signation rufen habe ich das hier unten eigentlich richtig gemacht ein sprung zwei sprünge nein eins zu breit aber egal so und jetzt wie move designation hier 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 ich sagte hier man sollte nicht auf der shift taste bleiben wenn man die enter taste drückt sonst macht das nämlich nichts so und schon haben wir in zwei den dritten großen raum hier oben deklariert jedenfalls so gucken wir mal nach f3 bist du immer noch das schon wieder suspendet ja weil wir kehrs hatten diese kehrs sind aber meines wissens nach alle tot hier liegt überall kehr und die kehrs sind hier auf dem leichenhaufen da bin ich mal gespannt ob diese diese kehr leichen hier jetzt einfach so anfangen erstmal zu produzieren ich hoffe man nicht so und unser ganzes vor ist steinfrei weil ich alle steine habe in die in zum stein stockpile schnitten lassen habe genau tolles deutsch gut gucken wir mal was wir sonst noch so machen können also erstmal will ich die mauer gerne fertig haben ja sehr schön ähm wohl weh ein granit das dürfte irgendein messen übernehmen und wir haben türkis gefunden haben wir hier unten türkis gefunden ja sie graben sich erst nach unten und was ist das hier klingt interessant dass immer das auch ist auf jeden fall werden wir ein stockwerk weiter unten unsere minen anfangen wie die dann gehen das zeige ich euch dann wenn es soweit ist jetzt brauchen wir aber erst einmal ein ganzes stück weiter oben nämlich hier so in den gebieten will ich erstmal gucken ist hier alles gabo nö und hier ist wahrscheinlich auch nicht alles gabo was bist du du bist nebenwand ne du bist gabo alles hier sind die treppen hier ist es egal hier sind immer noch meine zwerge was peinlich ist hier also hier ist es auf jeden fall silt also clay und hier auch also fangen wir erst einmal weil es am wichtigsten ist mit dem weg hinein in die festung an nämlich floors zu bauen wo ich erst mal so hier und können wir ruhig aus gabo blocks machen obwohl halt escape das hier ist die einfahrtsstraße so machen wir hier keine dinge ist kein floor sondern wir machen eine road daraus die kamen wir doch auch hier irgendwo pft rot genau das ist zwar ein bisschen schieten in dem sinne weil eine road nicht so viel stein braucht wie ein floor wie man sehen kann aber in dem sinne ist es ja eine road also das hier was hinein führt also machen wir da auch eine road daraus und nochmal pft rot drei breit hierhin wo habe ich jetzt drauf gedrückt egal es müsste geklappt haben so hier noch eine pft rot das zählt nämlich auch noch zum eingangsbereich und noch eine pft rot hier unten so hier brauchen wir auch eine pft rot so nämlich hier und hier auch und hier auch nein das war eins zu viel wir brauchen es nämlich in die breite auch in gabbro blocks und wir machen das hier auch zur pft rot so gabbro blocks das hier müsste jetzt müsste schon alles gabbro sein gut das heißt hier ist das schon mal alles geklärt die räume hier müssen wir mit floor aus das besser erst mal kurz gucken wie weit die mauer ist hoffentlich kommt ein zwerg und kümmert sich darum ja da kommt schon einer der baut jetzt das letzte mauer stück und dann sind wir hier safe sehr gut sehr gut also unser zugang ist eigentlich ist zugemauert und wir können hier unten jetzt unsere refuse lagern zu dem zweck hier gehe ich mal kurz zu den hotkeys und sag hotkey 3 das ist f3 so soll hier hin zoomen und wir können die namen verändern also f1 ist ist der main f2 ist der eingang also der entrance und f3 die drei sachen sind benannt und wir können schnell mit den f tasten dahin springen farben sind bei der arbeit finde ich auch gut hunde werden geschlachtet nächster schritt war ja ich wollte hier noch neben den schmieden auch den die knochen verarbeitung einsetzen deswegen brauchen wir hier noch einen zusätzlichen raum so haben unsere meiner noch was zu tun und zwar kommen auf die eine seite knochen und auf die andere seite kommt dann clay und so zeug ach ja und wir hatten ja einen besessenen zwerg der nach knochen geschrien hat und da jetzt seine knochen bekommen hat kann er endlich arbeiten sehr gut so unsere slabs sind auch gesetzt also unsere gedenk tafeln hier damit die zwerge die verloren gegangen sind beziehungsweise die ertrunken sind und die wir nicht bergen können also die beiden jungs hier genauso wie diesen hunde knochen bolzen naja daran müssen wir auch irgendwann denken und wir können keine battle access mehr schmelzen weil wir keine stahlbaren mehr haben auch gut aber wir können die sachen jetzt aber wir können die sachen jetzt stocks weapons wir haben jetzt kupfer battle access copper warhammer sachen die nicht mehr zugänglich sind weil sie eben im wasser liegen wir können die hier einschmelzen und die stahl x der auch wieder einschmelzen so und ihn neu schmieden lassen add new task made object repeat ja gucken wir mal kurz nach unserem smith so ein creature er ist jetzt mittlerweile ein accomplished miner da 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 novice in der weapons oh ja er macht sich langsam sehr gut so können wir ihn einigermaßen hoch trainieren nämlich weil die äxte wenn wir sie wieder einschmelzen kriegen wir ungefähr wieder dasselbe an metall raus was wir rein gesteckt haben ich glaube sogar ein bisschen mehr aber ist zwar vielleicht ein bisschen cheating so gesehen aber oh elfen karawane das bedeutet wir können wieder holz kaufen äh elfen sind immer gut trader zum depot move goods clove letter brauchen wir alles nicht wir brauchen eigentlich nur unsere crafts von dem wir schon ziemlich viele hier haben und dann gucken wir erstmal dass wir die kisten mit den kleidern leer kriegen so also ja was ich gerade sagen wollte wir benutzen dog bone great also eine eine kiste aus hundeknochen wurde hergestellt das strange enchantment die seltsame verzauberung es ist ein hundeknochen eine hundeknochen kiste aus von höchster qualität es ist umrandet mit granit camouchons und dekoriert mit hundeknochen es ist verziert mit hängenden ringen aus granit und menaces mit stacheln aus hundeknochen also ja und da wurde es abgesetzt und ja wir brauchen dringend mal definitiv bald mal einen besseren stockpile der alles an artefakt qualität aufnimmt und zwar sollten wir dafür am besten hier hinten irgendwo oder noch besser hier einfach direkt gegenüber eine schatzkammer anlegen dort einen stockpile reinsetzen der nur artefakte annimmt und zwar alle artefakte so da kommen die elfen die elfen haben soweit ich weiß niemals karren dabei die kommen immer nur mit maultieren aber vielleicht haben sie nette tierchen für uns das wäre doch nicht schlecht okay sie sind angekommen und entladen ihre sachen sie haben schon mal käfige dabei wie man sehen kann was machen die ganzen leute eigentlich da draußen noch mal abgesehen davon dass sie wasser holen haben wir die wir haben genug zu trinken eigentlich ja gut was wollte ich ach ja ich wollte mal gucken erstmal wie die arbeiten hier vorangehen da unten ganz gut hier oben immer noch nicht so wirklich was wollte ich